hallo liebe freunde so ja ihr habt ja schon gelesen gez und dhl das sind zwei firmen wo ich sage naja gut super also wir fangen an bei der gez ich sagte ja oder habe schon mal kurz erwähnt dass eben bei mir dieses jahr nicht alles so rund läuft und die gez war der meinung sie muss mir jetzt schreiben weil ich dann eben im rückstand wäre meiner zahlung da gesagt wie bitte also ich habe mir das so angewöhnt dass ich monatlich bezahle und nicht drei monate dann fällt mir nicht so schwer eben das auch zu bezahlen also jeden monat 17 euro 50 und das kann ich auch mit meinen kontoauszügen belegen so heute kam ich vom von draußen ich musste was erledigen und sagen mein briefkasten und da war ein an ein schreiben wieder von der gez über 50 euro wollte wieder von mir haben ich sag wie bitte und dann stand ganz unten drunter für den zeitraum zehn bis zwölf also oktober bis dezember noch mal alles rausgesucht ich habe bezahlt ich habe bezahlt ich habe bezahlt so dachte ich mir jetzt reicht es mir jetzt ruf sie da an naja erst hieß sie sind weniger besetzt sind weil die zeit eben wegen corona und blablabla und plötzlich wurde gerade sich ein bisschen aus der leitung ich sage ich lass mich so schnell nicht rausschmeißen ich rufe dann auch mal an und habe da auch angerufen und habe auch diesmal den kontakt erhalten mit einer frau dame war es nicht eine frau und habe ihr mein leid geplagt dann musste ich ihr meine nummer geben die habe ich ihr dann auch durchgesagt und da sagt sie ja sie schulden und ich schuld ihnen überhaupt nichts nach ein bisschen andern ton ich sage hallo sondern hat sie gesagt 2020 ich sage kann gar nicht sein für 2020 habe ich alle belege alle kontoauszüge und es kann das beweisen dass ich jeden monat bezahlt habe da ist kein rückstand erzählen sie doch nicht halten sie ihren mund wenn ich rede ich sage wie bitte sagte sie sie haben hier schulden ich sage quatsch wenn sie noch einmal quatsch sagen lege ich auf also würde ich vor ihr stehen ich glaube ich hätte ihr einen gedatscht so bam bam ich unmöglich also jetzt hat sie gesagt naja dann ich bin dann ruhig gewesen erstmal und dann habe ich hat sie gesagt dass sie mir jetzt eben noch mal zukommen lässt wo irgendwo jetzt was fehlen würde weil sie dann plötzlich anfing mit 2019 ich sage wie weit wollen wir noch zurückgehen 2018 2017 wir haben gesprochen von 2020 und nicht von 2019 ich schicke ihnen alles fertig rüber und dann ansonsten tschüss damit war das gespräch zu ende aber ich war auf 180 unmöglich diese frau am telefon leider hat den namen nicht mehr verstanden sonst hätte ich mich in beschwerde eingelegt egal so dhl es war 2020 so der dezember hat angefangen ich habe so langsam meine überreichungspakete fertig gemacht und auch ein paket für meine tochter so und dieses paket es ist unmöglich es ist also ich kenne es eigentlich nicht meine tochter sagte dhl hast du verschickt ach du scheiße mit denen habe ich schwierigkeiten ich sage wieso hast du schwierigkeiten mit dhl ja dhl die finden manchmal meinen namen nicht manchmal sagen sie auch die finden den eingang nicht und dhl seitdem ich eben ein paar takte erzählt habe ich war zu hause und er steckt mir einfach ein zettel ich soll zur post kommen was soll denn das und seitdem kommt er nicht mehr hoch zu mir sie wohnt in der ersten etage und seitdem kommt er nicht mehr hoch zu mir und ich habe nur noch stress und ärger naja sagt man mal gucken ich sag dir mal wenn ich es abgeschickt habe und es war der zwölfte dezember da habe ich das paket abgeschickt hier aus spandau haselhorst und am 15 nachdem wir zurück recherchiert haben war es dort in ihrem bezirk in treptow köpenick in adlers hof da wohnt sie adresse sei natürlich nicht und sie bekam aber keine benachrichtigung das paket war auf dem postamt bei ihr sie wusste davon nur nichts und ich sagte weißt du was geh doch mal einfach irgendwann mal im laufe des dezember sie auch immer ich sage geh doch einfach mal hin oder sogar ja doch im dezember gesagt geh doch einfach mal hin und frag mal nach vielleicht hat er vergessen den zettel dort zu stecken ja ist gut möglich so und dann ist sie also zur post post gelaufen hat danach gefragt hat ihren ausweis vorher zeigt ich bin frau sowieso bitte gucken sie mal nach und da sagt sie ja wir hatten hier eins aber das ist auf dem weg zurück zum absender wie bitte sagt sie haben sie noch alle latten am zaun ich bin den ganzen tag zu hause und der herr hat bequemt sich nicht mal ein paar stufen hoch zu laufen um mir das paket zu bringen ja sie war natürlich jetzt enttäuscht sie sollte es ja schon vor weihnachten bekommen bekam sie nicht hat sie sagt naja vielleicht bekomme ich es denn nach weihnachten dann habe ich ja geburtstag sie hat der silvester geburtstag und dann freue ich mich noch mehr drüber es ist nämlich ihre fertige tischdecke die wollte sie unbedingt haben ich habe natürlich gehäkelt als bis die nadel geglüht hat und damit ich es fertig bekomme habe ich noch ein paar kleinigkeiten mit reingepackt und dieses paket kamen dann am 7 januar zu mir entschuldigung am 7 januar kam das wieder bei mir an hier an der tür ach das war am sechsten am sechsten war das so und am 7 januar gesagt weißt du was ich habe dann erstmal dhl angerufen habe gesagt pass auf so geht das nicht dass wir die pakete hier hin und her schicken so man sagt sie ich gebe ihnen code nummer können sie sich online dann rausholen und bla 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 und dann kostet ihnen das paket das noch mal zurücksenden zu ihrer tochter kostet sie das keinen cent ja immerhin vier euro fünfzig ne wartet kostet so ein paket kommt mit das gewicht drauf an so jetzt kam der paket botte sowieso zu mir brachte mir ein paket und da habe ich gesagt ich habe hier so und so aber ich habe kein drücker karten drücke aber meine farbe ist alle so und da sagte er ja ich scanne das von ihnen ab sie haben es ja auf dem handy ich sage ja da gibt es so ein kleines code bildchen und das hat sich abgescannt und hat dann eben das darauf geklebt neu und also nochmal zurück denn und gab mir auch eine bescheinigung dass ich eben das wieder abgegeben habe so dass es wieder auf dem weg zu meiner tochter ist das war am siebten heute ist der zwölfte so und ich sagte doch da hast du denn inzwischen das paket erhalten nö sagt sie hat sie nicht sie hat auch bei dhl nachgefragt die finden das nicht diese gibt ja meine paketnummer und die haben wir durchgegeben beziehungsweise sie hat es durchgegeben nö so ich sage na super was machen wir jetzt so und jetzt habe ich ja heute auch wieder pakete bekommen und habe dann mein paket fritzen da mal angesprochen das war ja natürlich mal eine andere zeit lang war hier ständig irgendwo ein wechsel fast täglich dass die fahrer gewechselt haben wahrscheinlich zu anstrengend mitunter kann ich es verstehen so und dem habe ich das ganze leid noch mal erzählt und da sagt er ja sie könnten lediglich jetzt dem ganzen noch mal eben dem dem kundendienst erzählen und der würde sich dann darum kümmern irgendwie wurde mir erzählt ich soll einen suchauftrag stellen und so nach sie sagt sie brauchen sie nicht das muss ja die post machen und nicht sie auf dem weg irgendwo von hier zu ihrer tochter ist es irgendwo verloren gegangen und das ist ja nicht ihre schuld das ist unsere schuld ich sage ja das sehe ich auch so da haben sie recht so und also ich hatte heute wirklich noch einiges zu erledigen und abzutelefonieren um meine problemchen ja für andere sind es probleme problemchen für mich ist ein problem das eine und das andere und das und das hier sowieso und man kann darüber lachen ich kann also nicht mehr lachen weil sie sagt er sagte nämlich zu mir dann bekommen sie es ersetzt ich sage was wollen sie mir denn da ersetzen das kann man nicht ersetzen das ist handarbeit wie wollen sie denn das ersetzen als zum größten teil ist handarbeit drin es sind noch andere sachen drin und ich müsste ja dann das wahrscheinlich auch belegen wie soll ich denn das belegen weil die wolle gekostet hat und mich bezahlen kann kein mensch mich kann keiner bezahlen also da müsste das schon richtig klappern so aber das paket ist weg ich werde noch mal dhl anrufen paketverfolgung und dann den im sagen was ist hier los wo ist das paket und wenn wir weiter sind also gez dhl habe ich im moment gefressen wobei ich sagen muss unser dhl hier ist super auch wenn die fahrer manchmal wechseln und wenn der eine oder andere eben falsche falsche handhabung gemacht hat er hat nicht geklingelt hat sich auch draußen einen zettel angemacht egal ob das wind nicht ist ob das schnee oder oder schneit oder regnet das war dem scheiß egal fertig und weg ich habe weggebracht so nur super ja aber das ist was mich so ein bisschen geärgert hat am meisten die gez aber da kann ich ja ansprechen wen ich will keiner mag die gez ja und ich sage ja dhl ist ein bisschen ausgelastet bzw überlastet und die kommen wahrscheinlich mit der lieferung mehr hinterher und wo das paket jetzt wirklich ist keiner weiß es meine tochter hat es nicht ich habe es nicht irgendwo zwischen spandau haselhorst und köpenick treptow irgendwo da liegt es denn irgendwo runtergefallen weggebracht wie auch immer keine ahnung ich werde gleich dhl nochmal anrufen und werde mal nachfragen wie die wachsache lage jetzt weitergeht und dann kann ich vielleicht berichten okay bis dann tschau